Okay, es ist 18 Uhr, wir würden jetzt mal anfangen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Das ist aber lieb. Ja, wir haben heute die unglaublich wundervolle Ehre, euch einen kleinen Planungsstand zum diesjährigen Camp mitzuteilen. Das haben wir unglaublich schön hier in diesen Themenpunkten aufgeteilt, die wir gleich alle einzeln durchgehen werden. Wir haben uns so die ambitionierte Zeit von 15 Minuten gesetzt, die wir dafür brauchen wollen. Wir müssen mal gucken, ob das so klappt. 15 Minuten ist relativ wenig dafür, dass der Talk auf 50 Minuten angesetzt ist. Das ist überhaupt kein Problem, denn der Rest ist Raum für Q&A, für Fragen. Wir haben uns Hand ausgesucht, verlesen, noch Leute aus den einzelnen Teams dazugeholt, die auch hoffentlich alle jetzt hier wie versprochen im Publikum sitzen, die im Zweifel spezifischere Fragen beantworten können, die wir so on the fly nicht beantworten können. Genau, wer sind wir eigentlich? Hi, ich bin Rufus. Hallo Rufus. Oh, hi, ich bin Andee. Hallo Andee. Wir sind in diesem Jahr beim Camp, bei der Planung so ein bisschen dabei. Ich für meinen Teil bin schon lange bei CCC-Events mit am Start, habe in der Vergangenheit viel mit Logistik gemacht, habe so ein bisschen Auf- und Abbauplanung bei den Kongressen und auch beim letzten Camp gemacht. Und ungefähr darauf liegt mein Fokus auch dieses Jahr wieder. Das ist bei mir gar nicht so anders. Ich bin jetzt auch schon einige Jahre dabei, habe in der Vergangenheit viel in der Logistik gemacht, bin diesmal sehr stark in der Auf- und Abbauplanung involviert und in der Koordination mit sehr vielen externen. Ja. Genau, also unsere Punkte seht ihr hier. Für alle, die noch nie auf so einem Camp waren, würden wir mal ganz kurz anreißen, was dieses Camp eigentlich ist. Dann gibt es nochmal so ein paar allgemeine Infos und so ein paar Veränderungen zum letzten Mal. Dann gibt es noch Infos aus den Teams, die wir jetzt schon wissen, die die Teams euch jetzt schon mitteilen wollen. Ein großer Themenpunkt ist Nachhaltigkeit, wo wir dieses Jahr ein bisschen mehr noch darauf eingehen wollen. Und dann Raum für Fragen. Was ist das Camp eigentlich? Diese Frage so grundsätzlich zu beantworten, ist gar nicht so einfach, haben wir eben bei der Talk-Vorbereitung festgestellt. Und ein Schlagwort oder ein Schlagsatz, der fiel, war Kongress, aber draußen. Man kann sagen, dass das Camp seit 1999, wo es das erste Mal stattgefunden hat, alle vier Jahre ist. Und in so einer schönen, schlanken Zusammenfassung ist es im Endeffekt eine Veranstaltung, ein Ort, ein Happening, was die Community schafft, in dem Gruppen sich in sogenannten Villages zusammenfinden und ihre eigenen Spaces nebeneinander und miteinander gestalten. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Da haben ganz viele Ideen nebeneinander Platz und hoffentlich auch miteinander. Und diese Gruppen sind natürlich zum großen Teil Hackspaces, Airfers, Chaos-Treffs, aber auch viele weitere Gruppen aus dem kulturellen, politischen Umfeld, die zur Community und inzwischen natürlich auch zur Familie dazugehören. Zusätzlich gibt es noch ganz viele kleine Orte und Nischen, aber auch große Orte, die von so einem allgemeinen Standpunkt noch in den Blick genommen werden, die von der Orga als Gesamtevent angeschaut werden und dann auch mit einem größeren Rahmenkonzept gebaut werden. Genau, die Eckpunkte fürs Camp. Das Chaos-Communication-Camp 2023 findet vom 15. bis zum 19. August dieses Jahr im Ziegeleipark in Mildenberg statt. In Wochentagen ist das Dienstag bis Samstag. Da so ein bisschen die Lehre aus dem letzten Mal, dass Sonntag als letzter Tag cooler ist und wir hoffen dann, dass diesmal auch klappt, dass erst am Sonntag abgebaut wird und nicht von einem letzten Veranstaltungstag. Genau. Natürlich so ein Riesenpunkt daran ist, wann geht es konkret mit Tickets los, wann geht es konkret mit dem Presale los. Was wir euch zum jetzigen Zeitpunkt schon mal sagen können, ist, dass es nicht vor Ende Mai sein wird. Aber wir sind gerade relativ konkret da dran, das alles auf den Weg zu bringen. Da ist aber noch relativ viel Dependency mit dabei, was ausklamüsert werden muss, was geschaut und geklärt werden muss. Von daher, die Infos werden bald kommen. Schaut dafür auf jeden Fall auch in den Event-Blog. Aber die nächsten so anderthalb Monate könnt ihr euch nochmal zurücklehnen, bis es dann damit tatsächlich losgeht. Es wird circa 6.000 Tickets geben. Ist so der aktuelle Planungsstand. Und stellt euch leider auch natürlich darauf ein, dass es ein höherer Ticketpreis sein wird als 2019. Der genaue Ticketpreis steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Auch dazu folgen Infos, sobald wir sie haben. Aber hier spielen super viele Faktoren mit rein, die sich einfach in den letzten vier Jahren ergeben haben. Unter anderem so eine Inflation. An der Stelle sei nochmal explizit auf die Friends-Tickets hingewiesen. So das Konzept, wenn ihr euch ein Ticket nicht leisten könnt, gibt es dafür einen Weg. Das sind die Friends-Tickets. Dazu wird es einen Blogpost geben, wie das im Detail läuft. Aber wir möchten nicht, dass es am Geld scheitert, dass Leute nicht teilnehmen können. Von daher meldet euch im Zweifel, wenn ihr euch das Ticket nicht leisten könnt. Da finden wir Lösungen. Ja, was sind denn Veränderungen zu 2019? Hey, Indi, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ach nee, verdammt. Ich hatte gerade nur einen kurzen Hirnschlag. Alles gut. Veränderungen zu 2019. Kein Talk ohne Patzer. Dieses Mal wird es keine großen Vortragszelte geben. Für die, die noch nicht beim Camp waren, beim letzten Mal hatten wir zwei große Zirkuszelte, in denen Vorträge stattgefunden haben. Die haben tatsächlich gar nicht so gut funktioniert, wie das gehofft war. Sie waren oft nicht ganz ausgelastet. Sie waren oft nicht voll und dafür aber sehr dunkel, sehr heiß und sehr stickig. Und sehr teuer. Das auch. Und wir wollen versuchen, den Platz dieses Mal besser zu nutzen. Deswegen haben wir auf diese beiden großen Vortragszelte verzichtet. Und wollen stattdessen mehr Raum für Villages und für Community Space bieten. Insgesamt ist das Vortragskonzept auch verändert zu vor vier Jahren. Da gehen wir später auch noch mal ein bisschen drauf ein. Es wird wieder Workshop-Zelte geben. Davon auch wieder wie letztes Jahr drei. Letztes Jahr, letztes Mal. Beim letzten Mal gab es aber so ein bisschen das Problem, dass die so unterm Radar gelaufen sind. Die sind so ein bisschen, die sind nicht so gut wahrgenommen worden, waren entsprechend ein wenig verwaist. Und das soll dieses Mal besser laufen. Dadurch, dass wir dieses Mal die Workshop-Zelte konkret in Betreuung an Villages geben, die das managen, die gucken, dass da alles gut läuft, die dort Self-Organized Sessions stattfinden lassen. Teilweise soll dort auch Vortragsprogramm stattfinden. Und insgesamt ein sinnvoller und besser genutzter Raum als beim letzten Mal noch werden. Dazu haben wir einen sogenannten Marktplatz mit einer offenen Bühne. Den Marktplatz gab es letztes Mal auch schon. Aber dieses Mal soll das Konzept dieses Marktplatzes noch mal mehr ausgebaut, noch ausgefeilter sein als 2019. Und mehr sein als nur in Anführungszeichen ein paar Essensstände und die Möglichkeit für DJs, dort Musik zu spielen. Unter anderem ist so grob angedacht, dass Opening und Closing und das Infrastructure-Review auf diesem Marktplatz stattfinden sollen. Zusätzlich wird es ein größeres, ein vielseitigeres Musikprogramm geben. Insgesamt ist geplant, dass da einfach noch mehr Content stattfindet. Und es soll auch noch anders bebaut werden, sodass sich einfach mehr Platz ergibt, wo man einfach sein kann, sich aufhalten kann, ein bisschen rumhängen kann. Es gibt natürlich auch noch viele kleine Detailänderungen, ein bisschen andere Wege, ein bisschen andere Sichtachsen, damit es nicht genauso aussieht wie beim letzten Mal. Eine weitere Neuerung ist das UFO. Das ist örtlich die Nachfolge vom Three-Headed Monkey Village, was es 2019 gab. Es war ein großer Zusammenschluss aus mehreren Gruppen, die da gemeinsam ein super cooles, riesiges Village betrieben haben. Und an die gleiche Stelle im oberen Teil zwischen den Ringöfen soll dieses Mal das UFO sein. Und es wird ein ähnlich offener Space wie der Marktplatz auch. Auch mit viel Content, was dort stattfinden soll, aber nochmal auch mit anderer Kuratierung als auf dem Marktplatz, mit nochmal anderer Fokus auf Musik und ein bisschen mehr Fokus auf Unterhaltung. Auch neu geplant ist ein Chill-Out-Floor hinten am See. Vermutlich mit Zugang zum Wasser, mit Kaffeebar, mit einem Ambient-Floor und hoffentlich ein Space, wo man sich gerne aufhält. Ja, als nächstes haben wir Team-Infos. Da haben wir uns im Vorfeld einmal bei allen Teams gemeldet, wo wir dachten, das wäre vielleicht super, wenn die jetzt schon ein bisschen was mitteilen und haben einmal Infos eingesammelt. Da hätten wir zuallererst das Village-Team. Da haben wir ganz oben hin so einen Kontakt geklebt. Den haben wir später in der Endslide auch nochmal. Die insgesamte Botschaft vom Village-Team an potenzielle Villages ist, auch dieses Jahr sind Küchen wieder möglich. Das ist immer ein großes Thema gewesen. Rechnet nicht damit, dass, wenn ihr eine Küche plant, ihr Fliesenwasser kriegt. So, teilweise müsst ihr das mit einem IBC-Container machen, auch weil das jedes Mal wieder gefragt wird. Genau, Chaos West hat da große Erfahrungen mit vom letzten Mal. Also, irgendeinen Workaround werden wir dafür finden. Dann gibt es die Möglichkeit bzw. die Einladung an alle. Wenn ihr mit weniger Strom auskommt, als wie so ein Standard-Village erstmal geplant ist, dann meldet euch total gerne beim Village-Team. Stromarme Areas bedeutet, da gibt es Basisinfrastruktur, da gibt es WiFi- und Wegebeleuchtung und ansonsten erstmal nicht viel, weil wir uns gedacht haben, es muss, also es haben nicht alle Camp-TeilnehmerInnen den Bedarf daran, in ihrem Zelt Strom und Netzwerk ankommen zu lassen. Und vielleicht gibt es da ja mehrere Personen von, die Lust haben, sich zu thematischen stromarmen Villages zusammenzuschließen. Dann können wir dafür einen Ort finden. Also, es spielt auch so ein bisschen in die Nachhaltigkeit- und Sparenvariante. Stromarme Areas kosten uns weniger und gleichzeitig sparen wir damit auch eine ganze Menge Emissionen, was Mietmaterial angeht. Genau, ansonsten gibt es den Village-Service, Mietet all the things. Wir würden gerne dieses Jahr wieder anbieten, wie es beim letzten Mal auch schon war, dass gewisse Dinge über eine zentrale Orga gemietet werden können. Da gehören zum Beispiel Mietmöbel dazu, da gehören große Zelte dazu. Wir haben geplant, dieses Jahr eine Gassammelbestellung zu machen. Also mit Mietmöbel meinen wir sowas wie Bierzeltgarnituren, Seminartische Stühle, sowas. Dazu haben wir den ambitionierten Plan, Kühlung-Service anzubieten. Auch das wird über diesen Village-Miet-Service passieren und die Möglichkeit, dass man sich als Village einen Platz in einem Kühlcontainer ergattern kann. Damit nicht alle Villages alte stromfressende Kühlschränke mit aufs Camp schleppen. Das wäre etwas, was wir gerne vermeiden würden. Auch diese Village-Services spielen so ein bisschen dieses Nachhaltigkeitsthema rein. Wir müssen keine Bierzeltgarnituren durch ganz Deutschland karren. Das macht mehr Sinn, die lokal zu beschaffen. Genau, und es macht auch Sinn, die lokal in einer ganz großen Bestellung zu beschaffen und dann wird es auf dem Platz weiter verteilt. Ansonsten noch mal der Aufruf, organisiert Sammeltransporte, wenn ihr Dinge aus eurer Gegend aufs Camp bringt. Gerade so Ballungsgebiete wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, da ergibt sich bestimmt die Möglichkeit, dass sich ein paar Villages zusammenschließen und sich ein 7,5-Tonner oder sowas mieten, um dann Sachen gesammelt zu transportieren, anstatt dass jeder mit dem eigenen Pkw raufjuckelt. Als nächstes haben wir die Botschaft des Himmels. Genau, das ist im Großen und Ganzen. Achtet aufs Eventblock. Es wird Ankündigungen für Helfende geben. Es wird einen Call for Angels geben. Es wird auch bald Infos für Helfende geben, ab wann Anreise sinnvoll ist, ab wann es sinnvoll auf dem Platz was zu tun gibt. Und an der Stelle auf jeden Fall der Aufruf von uns, wenn ihr Bock habt zu helfen, dann bitte, bitte kommt vorbei. Das Camp lebt ja vom Mitmachen und insbesondere auf dem Camp werden ganz, ganz viele helfende Hände gebraucht. Daher zu viele Engel ist, glaube ich, etwas, was es auf dem Camp nicht gibt. Gleichzeitig kommt bitte nicht zu früh, also nicht vor den Termin, den wir noch kommunizieren müssen, weil zu dem Zeitpunkt gibt es einfach noch keine Infrastruktur. Das heißt, keine Toiletten, keine Duschen und kein Essen. Da können wir einfach noch nicht diese Menge an Leute versorgen. Als nächstes folgt eine Botschaft vom Kidspace. Der Kidspace ist ein Team, das auf dem Camp ein Family Village organisiert, so als Ort, als ruhigeren Ort für Familien, Familien, die mit Kindern kommen, mit vielen coolen Angeboten im Kidspace selber, über Lego-Basteln, Angeboten etc. Insbesondere bittet der Kidspace oder freut sich der Kidspace mitzuteilen, dass es auch dieses Jahr wieder eine Mitmachküche gibt, die von der Community organisiert wird mit einem Buffet und einer warmen Mahlzeit pro Tag, das ist angedacht. Und dem Aufruf, auch gerne sich an der Küchenorga zu beteiligen, damit zu machen und sich einzubringen und eben auch an der Programmgestaltung. Und dann noch ein Verweis auf den Blog und ein Kontakt. Ja, ich glaube, die Punkte, die das CERT uns mitgeteilt hat, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Das CERT ist auf dem Event für euch da. Ruft auf dazu, dass ihr euch regelmäßig testet, auf euch aufpasst, euch isoliert, wenn ihr Krankheitssymptome verspürt. Dass Impfen offensichtlich Menschen schützt und dass es auch nichts schadet, etwas mehr Wasser zu trinken. Dann der Aufruf vom Logistik Operation Center, was sich auch mit um Aufbaukoordination auf dem Gelände kümmert, geht in dieselbe Richtung wie die Botschaft vom Himmel. Aufbauhilfe ist wichtig und gut. Achtet auf die Infos, die im Eventblock kommen, denn da werden welche kommen. Und ansonsten gibt es dieses Mal den Special Need vom Log. Es werden Smartphones gesucht, die ihr gerne spenden könnt, wenn ihr noch Smartphones zu Hause in der Schublade liegen habt, die sonst nur noch versauern und irgendwann vielleicht doch im Müll landen, dann bringt sie gerne vorbei. Dazu gibt es diese E-Mail-Adresse smartphones.ac3log.de, an die ihr euch gerne wenden könnt. Wir brauchen sie zur Navigation von PKWs für Engel an entlegenen Orten ohne DECT-Empfang, solche Sachen. Dann das, was ich eben sagte, dieses Mal gehen wir weg von so einer ganz zentral kuratierten Sache. Mit den Vorträgen geht der Fokus mehr auf ein Community-Programm mit gemeinsamen CFP. Der Fokus soll auf Content mit und aus der Community gelegt werden und soll so ein bisschen die Fortsetzung des Orbit-Konzeptes sein, was auf den letzten Kongressen auch schon angefangen und dann im Laufe der letzten Kongresse immer weiter ausgebaut wurde. Dazu wird es einen gemeinsamen CFP geben und zusätzlich soll es auch noch Content von und für Jugendliche geben. So ist der Plan mit separatem CFP nochmal. Da ist Jugendhakt auch mit dabei. Und insgesamt ist natürlich auch wieder geplant, dass es zu allem Content möglichst Toi-Toi-Toi-Übersetzungen und auch Heralde gibt. Das WOC, das Video-Operation-Center fungiert auf dem Camp als Studio für redaktionelle Inhalte. Also das WOC betreibt auf dem Camp ein Studio für redaktionelle Inhalte, zum Beispiel die Harald-News-Show und noch ein bisschen was anderem. Daneben wird das WOC selbstverständlich auch wieder die Village-Bühnen supporten mit Wissen, mit Hardware, mit Unterstützung. im Wesentlichen. Ja, genau. Und hat uns auch einen Termin durchgegeben. Wenn ihr Interesse daran habt, einen Channel, eine Bühne als Village zu machen, dann meldet euch bis zum 11.06. Da haben wir auch hinterher gleich nochmal Kontaktadressen, glaube ich. Und es gibt sogar schon ein Mumble zu dem gemeinsamen CFP, nämlich am 14. April um 20.30 Uhr auf mng.c3woc.com. mng.c3woc.de. Ja, Nachhaltigkeit. Das ist diesmal ein relativ großes Thema auf dem Camp. Wo kommen wir her? Wir müssen da natürlich ein bisschen die Balance finden. Das umweltschonendste, was wir machen könnten, wäre selbstverständlich einfach überhaupt kein Event machen. Das wollen wir nicht. Auf der anderen Seite der Extremen wäre, ein kommerzielles Festival zu machen, wo man knöcheltief durch den Müll wartet. Das wollen wir auch nicht. So, die Frage ist, wo dazwischen möchten wir mit der Veranstaltung landen? Unser Ziel ist im Wesentlichen auf jeden Fall alles an unnötigen Umweltbelastungen zu vermeiden und möglichst zu optimieren, ohne den Charakter der Veranstaltung nennenswert zu verändern. Dabei geht es darum, die Low-Hanging-Fruits zuerst zu erwischen, weil man dort für ein gegebenes Zeit- oder Ressourceninvestment den größten Impact haben kann, also das beste Ergebnis erzielen kann. Das ist teilweise gar nicht so offensichtlich, was denn so die besten Ansatzpunkte sind. So, schönes Beispiel, was ein relativ offensichtlicher Kritikpunkt beim letzten Mal auch war, waren die Dieselgeneratoren, die wir da zum Beispiel haben. Wir erzeugen Strom und Warmwasser mit Diesel. Stellt sich aber heraus, das sind einerseits mit viereinhalb Liter Diesel pro Person über die gesamte Zeit gerechnet gar nicht mal so viel und andererseits ist es sehr, sehr schwierig, die durch was anderes zu ersetzen. Und wenn man sich das dann mal so anschaut, viereinhalb Liter Diesel, dann denkt man so, wir hatten fast 2000 Pkw auf diesem Camp. Damit kommt man nicht sonderlich weit. Deswegen wäre zum Beispiel die Anreise ein Punkt, wo wir eher ansetzen als an den Stromaggregaten. Was haben wir konkret vor zu optimieren? Wie ich gerade schon meinte, so an Abreise, wir haben einen Shuttle-Service vor, wir haben Sachen an der Gepäcklogistik vor, wir haben einen Landmarkt vor, wir haben Sachen mit Strom vor, mit Müll und mit der Logistik. Dazu gleich noch mehr jeweils. An Abreise. Das Coolste wäre natürlich, wenn ihr alle per Fahrrad anreist. Aus offensichtlichen Gründen ist uns klar, dass das nicht klappt. Gleichzeitig haben das Leute in der Vergangenheit gemacht. Insbesondere Berlin und Hamburg bieten sich so ein bisschen an. Also insbesondere Berlin, da ist das in einer Tagestour machbar. Das nächst coolere ist natürlich, mit der Bahn anzureisen. Von Berlin bis Gransee gibt es Regionalverkehr, der relativ regelmäßig kümmert. Dann muss man natürlich von Gransee noch bis zum Campgelände kommen. Dort wird es einen Bahnhofshuttle-Service geben. Der wird sinnvoll, nachdem die Regionalverbindung dort ankommt, zum Camp fahren. Wir werden uns darum kümmern, dass ihr auf irgendeine Art und Weise von dem Bahnhof bis zum Camp kommt und am Ende des Camps auch wieder zurück in die andere Richtung. Das nächstbeste ist, in einer Reisegruppe mit einem Bus aus eurer lokalen Gruppe bis auf das Camp zu fahren. Da hatten wir letztes Mal in Kooperation mit Passliner bereits das Angebot, was leider nicht so stark genutzt wurde. Wir haben die Hoffnung, wenn wir das frühzeitig bewerben, dass das diesmal besser funktioniert. Das heißt im Wesentlichen, wenn ihr so 30, 40 Leute bei euch lokal in der Stadt seid und so einem Bus voll bekommt, dann wird es eine Möglichkeit geben, da über uns eine entsprechende Busreise zu organisieren. Dazu wird es zu einem späteren Zeitpunkt noch Blogposts und weitere Infos geben. Das ist jetzt nur so eine Vorab-Info. So zumindest gerade der Plan. Yes. Pkw, wir wissen natürlich auch, dass das für viele die Reisemöglichkeit sein wird. Falls es möglich ist, reist bitte auf eine der vorher genannten Arten an und nicht mit dem privaten Pkw. Falls es notwendig ist, mit dem Pkw anzureisen, dann macht den bitte so voll, wie es sinnvoll möglich ist. Nehmt Leute mit, nehmt das Gepäck von Leuten mit, fahrt nicht als Einzelperson in einem ansonsten leeren Auto auf das Gelände, das ist nicht so cool. Gleichzeitig auch direkt die Vorwarnung, parken wird nicht umsonst sein, es wird ein Parkticket geben. Shuttle-Service. So im Wesentlichen, das, was ich vorhin schon als Bahnhof-Shuttle meinte, wird es noch ein bisschen mehr geben, zum Beispiel auch zum lokalen Supermarkt, weil uns ja auch klar ist, dass Leute, die zum Beispiel mit der Bahn anreisen, potenziell Lebensmittel wollen, um sich was zu essen zu kochen. Auch das wird möglich sein in irgendeiner Form. Details wird es später geben. Gepäck-Logistik. Große Mengen Gepäck durch die Bahn oder auf einem Fahrrad zu transportieren, ist offensichtlich nie so cool. Deswegen die Bitte, organisiert euch primär bei euch im Village, im Hackspace oder was auch immer eure lokale Bezugsgruppe ist und organisiert Gepäck-Transport möglichst zusammen. Mietet euch Sprinter, verschickt Paletten, ja, im Wesentlichen das. Packt nachhaltig. Das heißt, überlegt euch, was ihr mitnehmen wollt, was ist sinnvoll mitzunehmen. Spart bitte nicht bei coolen Projekten, aber es ist vielleicht gar nicht so sinnvoll, Bierzelt-Garnituren zum Beispiel durch ganz Deutschland zu transportieren. Nachhaltigkeit Landmarkt. Wir hatten letztes Mal schon einen Bäcker beziehungsweise einen Metzger auf dem Vorplatz vor der Veranstaltungslocation stehen. Das sind lokale Geschäfte aus der Region. Das wollen wir wieder machen und ein bisschen ausbauen. Unsere Hoffnung ist, ist, dass wir da auch mit einem lokalen Bauernverband zusammen Gemüse und andere Lebensmittel anbieten können werden. Das ist leider noch recht früh im Planungsstand. Es wird in irgendeiner Form das Ganze wieder geben. Also die Idealvorstellung ist, dass wir dann da so einen kleinen Wochenmarkt vor der Tür haben, an dem man quasi alles bekommt, was man braucht, so für fünf, sechs Tage. Nachhaltigkeit Müll. Das Wichtigste ist natürlich Müllvermeidung. Das fängt bereits an, sich zu überlegen, was man mitbringt. Also bringt bitte möglichst wenig Dinge mit, von denen ihr ausgeht, dass ihr sie wegschmeißen werdet. Wir werden diesmal einen Recyclinghof haben. So im Wesentlichen ist uns aufgefallen, dass wir nach den Veranstaltungen eine ganze Menge Sachen übrig haben, die man eigentlich noch zu schade zum Wegwerfen sind. Zum Beispiel Camping Equipment und zum Beispiel Lebensmittel, was Leute leider nicht mehr alles mitnehmen. Da werden wir uns diesmal frühzeitig überlegen, was wir damit machen und das an Hilfsorganisationen oder andere sinnvolle Empfänger weitergeben, damit es möglichst nicht im Müll landet. Trotzdem versucht natürlich, Müll zu vermeiden. Genau, also der Aufruf ist trotzdem, nehmt bitte möglichst alles wieder mit, was ihr mitgebracht habt. Idealerweise sind diese Tätigkeiten natürlich gar nicht notwendig, aber natürlich wird das nicht der Realität entsprechen und diesmal möchten wir eine frühere Antwort darauf haben, als im Abbau on the fly nochmal zu gucken, was macht man denn jetzt mit dem ganzen Kram. Genau, es wird einen zentralen Ort vermutlich in der Nähe des Infodests geben, wo ihr zum Beispiel übrig gebliebene Lebensmittel loswerden können werdet. Aber dazu wird es auch nochmal später Blogposts geben. Logistik, ein bisschen haben wir das schon vorher erwähnt, Leihkram für Villages, zum Beispiel Bierzeltgarnituren, Kühlung as a Service, was hoffentlich den Transport von Kühlschränken und ähnliches überflüssig machen wird. Es wird auch den Geschirrspül-Service vom letzten Mal wieder geben, mit diesmal hoffentlich ein bisschen dem cooleren Modus mit ihr leiht euch von uns Geschirr, bringt eine Kiste dreckiges Geschirr zu dem Spül-Service und nehmt dabei eine Kiste sauberes Geschirr wieder mit. Auch das ist aktuell der Planungsstand. Vielleicht ändert sich da noch was, vielleicht klappt es nicht. Wir werden sehen. Die Hoffnung ist aber, dass man durch so große Spülstationen im Endeffekt spart, weil so große Gastro-Spülmaschinen sind natürlich deutlich, deutlich wassereffizienter, als wenn jeder alles mit der Hand macht. Nerds in der Natur. Aus Erfahrung der Vergangenheit ist dieses Leid leider ebenfalls nötig. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Public Service Announcement. Das Camp ist draußen. Es ist nachts kalt. Insbesondere letztes Mal haben wir gemerkt, dass es nachts wirklich kalt wird auf dem Acker. Das heißt, einstelliger Grad, auch wenn es im August ist, mit Wind. Es fühlt sich wirklich kalt an. Lasst den dicken Hoodie nicht zu Hause. Es ist tagsüber extrem heiß. Lasst die Sonnencreme bitte auch nicht zu Hause. Nehmt sie mit. Benutzt sie. Es gibt Wetter. Auch darauf müssen wir vorbereitet sein. Das beinhaltet Regen und Gewitter, auch im August. Und natürlich gibt es auch das Kontrastprogramm C3 Staub wird auch dieses Jahr wieder am Start sein. Achtet auf euch und auf die Menschen um euch rum. Mitmachen. Die Veranstaltung lebt davon, dass wir keine Gäste haben, sondern nur Teilnehmende. Diese Veranstaltung ist in dieser Form nur durchführbar, weil extrem viele Leute bei der Durchführung helfen. Das bedeutet, helft uns als Engel, diese Veranstaltung möglich zu machen. Baut coole Villagers. Beteiligt euch an dieser Veranstaltung im Wesentlichen. Werdet Engel. Insbesondere auf dem Camp haben wir eigentlich immer zu wenig Engel. Es wäre total cool, wenn es diesmal eine riesige Flut an Engeln gibt. explizit erwähnt, sei auch noch der Call for Art an dieser Stelle. Auch dazu wird es noch einen Blogpost geben. Das ist im Wesentlichen der Aufruf an alle Villagers. Unser Camp soll schöner werden. Dekoriert eure Villagers. Beleuchtet die Zelte. Weiße Zelte sind langweilig. Bringt coolen Deko-Kram mit. Sorgt dafür, dass das Camp dieser bunte Lichthaufen wird, für den es bekannt ist. Das funktioniert nur, wenn wir das alle zusammen machen. Das funktioniert am besten, wenn wir das alle zusammen machen. Ja. 15 Minuten haben wir nicht ganz geschafft, sind dann 30 geworden. Jetzt haben wir trotzdem noch fast eine halbe Stunde für Q&A. An der Stelle sei noch auf ganz viele Kontaktmöglichkeiten zuerst hingewiesen. Allgemein, wenn ihr irgendwelche Fragen Richtung Villages habt, wendet euch an das Village-Team. Die Mailadresse seht ihr gerade auf den Slides. Wenn ihr einen allgemeinen Orga-Kontakt braucht, die Mailadresse seht ihr ebenfalls auf der Slide. Es wird dieses Mal erstmals auch ein Matrix-Kanäle für das Camp geben. Den Link zum Space findet ihr da ebenfalls. Es gibt einen Blog unter events.cc.de. Das ist das primäre Kommunikationsmedium, worüber wir Neuigkeiten, Ankündigungen und was wir so geplant haben, kommunizieren. Die Adresse seht ihr gerade auf den Slides. Ich glaube, das war alles, was wir euch mitteilen wollten. Jetzt wäre der Zeitpunkt für Fragen. Links und rechts stehen Mikrofone, soll ich euch mitteilen. Wenn ihr Fragen habt, geht zu einem der Mikrofone und stellt sie. Während die Leute gerade auf dem Weg zu diesem Mikrofon sind, würde ich einerseits eine Person aus dem Village-Team bitten, mal aufzustehen und in die Runde zu winken. Falls ihr Fragen habt, dort vorne, der nette Herr, falls ihr Fragen... Falls ihr Fragen habt, genau, falls ihr Fragen zu Villages habt, diese Person könnt ihr ansprechen. Sie hat auch noch selber Anmerkungen. Guten Tag, SMTV, mein Nickname. Ich hätte noch zwei Anmerkungen. Das eine ist, das haben wir noch gar nicht erwähnt, es wird auf jeden Fall einen Getränkekistenverkauf geben. Die Details, wie man das alles ausklamüsern, schauen wir mal, aber es wäre total cool, wenn die Villages nicht mit den Bierbänken quer durch die Republik noch irgendwie 30 Kästen Mate karren, sondern das machen wir einmal mit einem 40-Tonner, das ist deutlich effektiver oder auch zwei- oder dreimal. Und nicht unbedingt beim lokalen Getränkehändler, was letztes Mal wohl häufiger vorkam, sich irgendwie drei Kisten einzeln aufs Gelände liefern lassen. Das ist ein bisschen Quark. Daher Standardgetränke, kistenweise wird es auf jeden Fall geben. Und das Zweite, was ich noch anmerken wollte, war die, am Rande war die Anmerkung, vielleicht war es wo wenig Strom oder sogar überhaupt keine Infrastruktur außer Notfallbeleuchtung oder ähnliches gibt. So ein bisschen Solar Punk. wäre doch eigentlich auch mal was, was uns würdig wäre. Das ist aber noch sehr in den Start, noch sehr klein. Da bräuchten wir mal Gruppen, die Bock auf sowas haben, dass wir dann auch entsprechende Bereiche machen. Gerne melden, Adresse steht oben. Danke. Ihr hattet erwähnt, dass auf dem Marktplatz eine offene Bühne sein soll. Habt ihr da auch schon eine Vorstellung, wie sich das sozusagen koordiniert, welcher Content denn da jetzt hinkommt, weil das ja dann quasi nicht von einem Village in dem Sinne ist? Also ist das dann eine zentrale Orga oder wer zuerst kommt, malt zuerst oder was? Ich glaube, die Formulierung offene Bühne war an der Stelle gar nicht so sinnvoll. Es wird eine Bühne, also es wird eine normale Bühne da geben, die auch kuratiert ist und hauptsächlich Musikprogramm und ein bisschen Talks spielen wird. Es wird halt nicht in einem Zelt stattfinden, sondern draußen. Ja, ich glaube, die Formulierung offene Bühne war nicht so gut gewählt. Ach so, ja, ja, nee, da ist räumlich offen mit gemeint und nicht in einem Zelt. Ja. Sorry für die Verwirrung. Ja, okay, gut. Das klärt es ja in gewisser Hinsicht. Ich hatte schon Bedenken. Und dann ist es richtig, dass jetzt hinten noch eine ganze Wiese, ich weiß nicht, ob ihr das am Anfang erwähnt habt. Diese Wiese ist leider noch nicht so 100% sicher, deswegen wollten wir darüber noch nicht so detailliert reden. Okay, Entschuldigung. Ich wollte jetzt nichts spoilern. Also wenn es schon angeteasert wird, kann ich es auch kurz ausführen. Es gibt eine Wiese, eine weitere Wiese, von der wir gerade versuchen, sie dazu zu nehmen für Caravan-Campingplätze. Da gibt es allerdings noch so ein paar offene Fragen, die geklärt werden müssen, bis wir das hinreichend sicher haben, dass wir es ankündigen können. Deswegen ist die Wiese noch nicht sicher. Gibt es weitere Fragen? Ja. Mensch, Tim, erzähl doch mal. Zum Camp fällt mir irgendwie eine Menge ein. So, der Start ist ja am Dienstag und das Ende ist am Samstag. Finde ich im Übrigen super. Verstehe ich das so richtig, dass das sozusagen so gedacht ist, dass das am Samstag dann auch quasi irgendwann die Abschlussveranstaltung ist und danach rollt das Camp sozusagen aus? Das ist so ungefähr die Vorstellung. Ja, in der Hoffnung, dass der gesamte Abbau dann entspannt am Sonntag stattfinden kann und wir am Samstagabend nochmal das alle zusammen das Ende vom Camp genießen können. Genau, Hintergrund ist vor allem das, dass das Camp 2019 hatte als letzten Veranstaltungstag einen Sonntag und auf dem, also während das Camp lief und die Abbauplanung so richtig Fahrt aufgenommen hat, also wurde festgestellt, dass um den Abbau ordentlich und sinnvoll durchführen zu können, müssen wir Teile schon einfach am Sonntag anfangen. Dadurch hat auch de facto, ohne dass es vorher so geplant oder gewollt war, der Abbau auch schon am Sonntag angefangen und war auch sichtbar, war spürbar und das hat den Vibe der Veranstaltung leider sehr beeinflusst. Und um das dieses Jahr zu vermeiden oder zumindest deutlich zu reduzieren, wurde beschlossen, nee, der letzte Veranstaltungstag soll ein Samstag sein, auch um den TeilnehmerInnen die Möglichkeit zu geben, einfach den Samstag noch entspannt da zu sein, damit sie Sonntagfrüh anfangen können, ihre Villages abzubauen und dann im Laufe des Sonntags abzureisen. Also, ich habe eine Frage zu den Tickets. Geht ihr davon aus, dass die Nachfrage höher sein wird als die Zahl der vorhandenen Tickets oder dass es ungefähr gleich sein wird und was für ein Verfahren habt ihr darüber nachgedacht, einen Teil der Tickets zu verlosen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen? Aus meiner Sicht, ich persönlich fände es schön, ja, aber ich persönlich weiß nicht, wenn die Seite dann überlastet ist, wenn ganz viele Leute gleichzeitig anfragen. wäre das ein, zum Beispiel, ich habe jetzt mal ein besseres Gefühl, wenn ich eine Verlosung nicht bekommen habe, als wenn ich eine Anfrage gestellt habe. Das Thema von Ticketverlosung kommt immer wieder auf, dementsprechend hat das Pre-Sale-Team einen Blogpost darüber geschrieben, weswegen sie, weswegen Verlosungen ein bisschen schwierig sind, auf den ich an der Stelle verweisen würde. Man findet ihn auf events.cc.de mit der Suche. Zu der initialen Frage, ob wir denken, dass die Tickets sofort ausverkauft sind. Letztes Camp hat es eine ganze Weile gedauert. Für dieses Camp werden wir den Modus, mit dem wir die Tickets verkaufen, noch als Blogpost announcen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, steht noch nicht 100% fest. Dankeschön. Ich habe generell die Frage, wenn man jetzt so eine Feuerpollshow darbieten möchte, ob das da möglich wäre und an wen man sich dort wenden kann. Also so künstlerisch wäre das eher. Ich habe es nicht ganz verstanden, Entschuldigung. Feuerpollshow, ob man das machen kann. Da meldet sich das Zert. Magst du kurz zum Mikro gehen, Blubbel? Dankeschön. Um es einfach zu machen, können wir jetzt noch nicht beantworten, wird davon abhängen, wie zu dem Zeitpunkt die Waldbrandgefahrstufe sein wird und noch ein paar anderen Sachen. Generell, wir werden nicht erlauben, dass ihr unabsichtlich oder absichtlich Dinge anzündet, die nicht brennen sollen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie unser Job. Also, wenn die Waldbrandstufe es erlauben wird zu dem Zeitpunkt, das war zum Beispiel im Jahr 2019 nicht so und wir eine Stelle finden, wo das sicher möglich ist. Wow. Do your thing. Oder setz dich mit dem Assembly-Team zusammen und wenn du sicher genug schwimmen kannst, bitte nur dann. Lass dir eine schwimmende Bühne bauen. Im Wasser ist das Ganze nicht ganz so gefährlich. Hi, danke für euren Talk. Kurze Frage. Hunde? Ist sowas möglich? Mit dem Hund vorbeizukommen. Also Hund, das Tier. Ja, Hund, das Tier. Das kleine, süße Vieh. Na, wie bei allen unseren Veranstaltungen, die Bitte, dass ihr eure Haustiere, falls möglich, bitte zu Hause lasst. Schade. Die Veranstaltung ist nicht so ganz der richtige Ort für große Mengen an freilaufenden Hunden. Danke. Ich hätte eine kleine Frage. Was würdet ihr empfehlen für die Erstbesucher sozusagen an Zeltauswahl? Und eine zweite Part, zweite, zweite Teil der Frage ist, kann man sich zum Beispiel beim Village Team melden, wenn man unbedingt gerne einen Platz haben möchte für seine Hängematte? Weil ich kämpfe lieber mit einer Hängematte als mit dem Zelt. Also zur ersten Frage, das kann ich dir leider pauschal nicht beantworten, weil ich, also weil natürlich das total davon abhängt, was so deine persönlichen Needs und Vorlieben an einem Schlafplatz sind. Da gibt es unglaublich viel schönes, schön Content im Internet für. Leider lässt sich das spezifischer nicht beantworten. Darf ich da kurz was zu sagen zu den Zelten? Also wir hatten ja auch schon diese Müllproblematik. Und wenn man noch nicht so viel Zelterfahrung hat, seht bitte davon ab, euch irgendwie bei Aldi das 49-Euro-Zelt zu kaufen, weil das mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit am Ende der Veranstaltung in irgendeiner Mülltonne liegt. Ich finde so generell, also wenn man so auf Open-Air-Festivals ein bisschen unterwegs ist, die Menge an Zelten, die wirklich nicht den Eindruck machen, dass sie schon seit 30 Jahren benutzt werden, ist extrem groß. Also lieber bei jemandem ein Zelt leihen, was gut ist, oder vielleicht, wenn man sowieso eine Outdoor-Karriere starten möchte, dann auch mal entsprechend investieren. Aber billige Zelte sind meistens gar keine Freude für niemanden. Und von daher, ja, mal das so als Tipp. Und Pavillons. Und zu der zweiten Frage, also es gibt Bäume auf dem Gelände, das heißt Hängematten sind prinzipiell möglich und für Detailfragen dazu würde ich sehr freundlich ans Village-Team verweisen. Gerne per Mail. Ihr hattet beim Punkt Nachhaltigkeit verschickt Paletten auf der Liste. Wie muss ich mir das vorstellen? Wird es möglich sein, dass man ins Village sagt, wir lassen uns eine Palette mit unserem Krempel anliefern und das steht dann schon da irgendwie am Ort oder wie habt ihr das geplant? Genau das. Also das haben letztes Mal auch schon Villages gemacht. So im Wesentlichen, ihr als Village beauftragt eine Spedition damit eine Palette von eurem Huckspace zu der Camp-Location zu bringen. Sagt uns als Lok vorher Bescheid, dass ihr das vorhabt. Wir nehmen sie an, stellen sie ins Zelt zu uns, dass sie trocken steht und wenn ihr da seid, dann könnt ihr die dann einfach haben. Aber bitte macht das nicht unangekündigt, sondern da freuen wir uns sehr über ein kurzes FYI. Ganz kurze Frage. Wir haben dieses Jahr in Niedersachsen dummerweise gerade zum Camp den Schulende, Ferienende sozusagen und dann ist diese unschöne Regel, dass man das irgendwie beim Schulamt beantragen muss und sowas. Gibt es da irgendwie so einen Tipp, wie man ein Kind mit auf Camp nehmen kann, was dann irgendwie so die Schulbefreiung irgendwie so, weil ganz wichtig, auf Camp zu kommen? Puh, das ist eine gute Frage. Also, ich kann ja mal kurz Erfahrungsbericht beitragen. Ich habe das mit meinem Sohn gemacht und habe den Klassenlehrer angesprochen und gefragt, ob das okay ist im Sinne von Weiterbildung, anderer Art von Bildung. Besserer Bildung. Ja. Und dann ging das da zum Schulleiter und der hat das dann genehmigt. Also, ich würde das dann individuell erstmal mit dem Klassenlehrer klären. Okay. Na, also tatsächlich, für mich ist diese Fragestellung völlig neu. Ich glaube, am besten ist es da wirklich mit den Lehrkräften an der entsprechenden Schule in Kontakt zu gehen. Ich würde mal vermuten, die verweisen einen dann an die entsprechende Stelle in der Schulbehörde und ich hoffe, damit kommst du weiter. Ja, weil das, wie gesagt, diese zwei Tage nach den Ferien sind so ein bisschen die Tricky-Sache. Aber ich bin gerade schon noch zu einer weiteren Info. Danke. Servus. Eine Sache, die nicht erwähnt wurde bislang, die ich aber wichtig finde, so im Bereich Art und Beauty. In den letzten Camps waren da ja diverse Arten von Showlasern sehr beliebt. sind doch Leute mit doch etwas stärkeren Laserpointern rumgelaufen. Und da gab es noch mal so gewisse Auseinandersetzungen mit dem ZERT. Ist das jetzt legal oder nicht? Meine Bitte wäre an alle Leute, bringt bitte keine heftigen Laserpointer mit. Maximal Klasse 2M, wenn es denn unbedingt sein muss. Und bei Showlasern, macht doch, wenn ihr welche mitbringt, stellt bitte sicher, dass die entweder eye-safe sind oder wenn ihr irgendwas heftigeres habt, dann lasst die euch abnehmen. Ich werde einen Powermieter mitbringen, gehe dann auch noch zum ZERT und kann euch dann sagen, ich nehme die ab oder nicht. Die Regel wird aber sein, wenn sich die Nadel auf meinem Powermieter bewegt und das ist ein High-Power-Mieter, dann nein. Ich würde das gerne ein bisschen anders abfangen. Falls ihr vorhabt, Veranstaltungstechnik Laser mitzubringen, redet doch bitte mit dem Village-Team vorher. Und für alles, was wir zentral an entsprechender VA-Technik haben, da kümmern wir uns natürlich darum, dass das hinreichend sicher ist. Okay, jetzt sind beide Mikrofone leer. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt, wir hätten noch zehn Minuten. Dann habe ich aber noch eine ganz kleine Anmerkung und zwar, weil es gerade auch kam mit den Kindern und Jugendlichen, es wird ein Jugend-Village stattfinden. Und zwar kommt das über Jugend-Takt zustande. Das wird zur Größenordnung 150 Personen sein mit einem etwas ruhigeren Bereich, Altersklasse 12 bis Anfang 20 und so Jugendschutz-Dinge. Wenn ihr Kids in dem Bereich habt, nehmt doch mal Kontakt mit dem Jugend-Takt auf. Die haben, irgendwo auf Jugend-Takt gibt es die Ankündigung, dass es Jugend-Village stattfinden wird und die stehen mit Sicherheit auch so für solche Fragen zur Verfügung, wie man da dann die Kids aus der Schule befreit. Insbesondere, wenn ihr bei euch im Space Minderjährige habt, die gerne ohne ihre Eltern auf diese Veranstaltung wollen, könnte das für euch interessant sein? Drei kurze Sachen. Einmal Ruhezonen. Die Notwendigkeit ist, glaube ich, klar, dass man sowas braucht und dass keine daneben befindlichen Musik oder sonst was Acts dann kommen. Bitte koordiniert euch da frühzeitig mit C3 Audio und anderen. Nicht, dass... Kannst du den Anfang dieser Frage nochmal wiederholen? Ruhezonen brauchen wir. Und bitte koordiniert euch auch mit C3 Audio und anderen Gruppen. Nicht, dass irgendwelche Lärmquellen direkt da vor den entsprechenden Standorten oder Ruhrräumen dann kursieren oder da angesiedelt werden. Das wäre eine AG4-Planung. Da hat es letztes Mal leider auch Probleme gegeben durch mobile Musikbeschallung. Da muss ich dich leider auch so ein bisschen enttäuschen. Das ist leider immer noch eine Veranstaltung und auch zu einem gewissen Teil ein Festival, so mucksmäuschenstill, wird es nirgendwo auf dem Veranstaltungsgelände werden. Selbstverständlich gibt es ruhigere Bereiche, aber auch da wird es wahrscheinlich nicht mucksmäuschenstill sein. Falls ihr die Notwendigkeit für einen komplett ruhigen Bereich habt, dann wird das vielleicht schwierig. Also es wird auf jeden Fall... Es ist gerade auf jeden Fall geplant, dass es wieder so eine Silent Camping Area geben wird, die es beim letzten Mal ja auch gab. Und da wird natürlich auch drauf geachtet, dass es lärmarm ist, dass es möglichst ein Bereich ist, wo auch gemeinsam Leute zelten können, die ein höheres Ruhebedürfnis und auch ein höheres Bedürfnis an Reizarmut oder reizärmerer Umgebung haben. Und das heißt, wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm. Aber wie N.D. gesagt hat, also den komplett vollends stillen Space, genau, den werden wir nicht schaffen können, aber es ist auf jeden Fall im Fokus. Also die Möglichkeit bietet sich natürlich wieder durch die Ziegeleiöfen, aber dann bitte auch die Eingangsbereiche der Ort direkt den Winkel davor irgendwie versuchen beruhigt und mit ausreichenden Hinweisen zu versehen. Das sollte möglich sein. Andere Sache, ihr habt von Shuttles geredet. Bitte koordiniert euch eng und frühzeitig mit der Bahn, weil ein Bahn-Shuttle nützt nichts, wenn die Bahn auf dieser Strecke dann Baustellen oder Sperrungen oder Zugausfälle hat. Da muss eine Kommunikation stehen. Andere Geschichte, nochmal Müllvermeidung. Wie wäre es, wenn ihr auf eurem geplanten Wochenmarkt auch unverpackt Läden beteiligt? Bisher ist dort nichts Verpacktes geplant, von dem ich wüsste. Ich hätte nochmal direkt von C3-Auti eine Antwort. Es gibt mit den Ziegeleiöfen ein Problem, was Baufälligkeit angeht. Das heißt, das mit den Ruhebereichen hat sich gerade nochmal deutlich komplizierter gestaltet. Wir werden auf jeden Fall uns darum bemühen, dass es vor dem Camp ein ganz klares Erwartungsmanagement gibt über die Art von Lautstärke, Ruhe und so, die wir providen können. Und wir werden unser Bestes geben, dass es möglichst ruhige Bereiche gibt. Aber es ist gerade echt schwierig. Ich habe eine Frage. Wenn man in die Silent Camping Zone kamt, aber vielleicht Kunst ausstellen will, ist das möglich? Entschuldigung, vielleicht ist das besser. Wenn man in die Silent Camping kamt und dann auch Kunst ausstellen will, ist das möglich? Also wenn das Weg von der Zelt sein soll? Ich habe leider nur so die letzte Hälfte von deiner Frage verstanden. Du fragtest, ob man da auch Kunst in dem Silent Camping Bereich machen kann. Ja, oder ob man das vielleicht irgendwo anders ausstellen könnte, sodass wenn das laut wird. Da würde ich dich bitten, mit dem Village Team Direktkommunikation aufzunehmen. Die werden sicher den richtigen Ort für deine Installation oder dein cooles Ding finden. Danke. Gibt es noch? Fragen? Ich hätte noch eine Frage zu den Shuttles. Und zwar wird es die jetzt zu Veranstaltungsbeginn geben oder schon für helfende Hände vorab, wenn ihr darum gebeten habt? Also im großen Stil wird es die wahrscheinlich erst zum Veranstaltungsbeginn geben. Wenn es vorher Leute gibt, die darauf angewiesen sind, zum Mithelfen, wird man da wahrscheinlich auch eine Lösung finden, dass einen irgendwer vom Bahnhof abholt. To be announced, I guess. Also dann mehr individuell organisiert vielleicht. Never mind. Ihr habt das auf dem Schirm. Wir haben es auf dem Schirm. Du wirst irgendwie auf diese Veranstaltung kommen. Wahrscheinlich auch schon vor offiziellen Beginn, wenn du beim Aufbau helfen willst. Das wäre ja auch ein ziemlicher Treppenwitz, wenn wir dazu aufrufen, dass ganz viele Leute beim Aufbau helfen und da sind und dann schaffen es die. dann kommt keiner. Genau. Ja, mit Blick auf die Uhr sind wir jetzt eine Minute über unserer Zeit und ich glaube, beide Mikrofone sind leer. Dann würde ich das hiermit erst mal schließen. Vielen Dank, dass ihr da wart und wir sehen uns auf ein Camp, oder? Applaus Applaus Vielen Dank.